Ne, in Nürnberg. Achso. Das ist glaube ich, by the way, in der Kackzone. Lass versuchen, wenn wir die so schnell finden, dann ist ja kein Problem. Wir schaffen das easy. Oh mein Gott, das Tippen zum Ding scheiße. Ich werde den Rucksack glaube ich nicht bekommen, weil ich werde gefightet. Kann der immer nur einer haben? Nee, bei mir lagts, ich hab so Packet Burst, oh mein Gott. Okay, ich hab's. Muss ich auch beeilen. F6, D4, F4. Ich mach F6. D4, D3. Habt ihr mitgehört gerade? Kann jemand kurz in den Chat? Ja, schreit's kurz in den Chat bitte, weil ich konnte jetzt nicht Foto machen. Schreibt mal ganz kurz die Reihenfolge bitte in den Chat nochmal, die da stand. Einmal in der Reihenfolge, wie es da stand bitte. Alle können den Rucksack haben. Nein, es ist nicht an derselben Stelle bei F6. Ich fick mal hin. Ja, ja, es gibt irgendwie immer zwei Posis pro Stelle. Ist es da, wo es eben auch war einfach? Ja, bei mir nicht auf jeden Fall. Also dieselben Quadraten meine ich. Das sind F3. F6, D4, D3. Ich bin bei D4. Mann, ich wurde getötet hier. Ne, mach du wieder D4, weil D4 war ja das letzte Mal auch bei dir, ne? Also soll ich D4 machen? Mach du D4. Ne, das ist, okay, da ist Jakob. Okay, dann machst du D3. Okay. Und ich mache F4 dann, richtig? Weil Floyd macht ja F6. Ja. Okay, ich mach die D3. Aber diesmal gönnt das Spiel nicht. Ne. Ist halt wieder nicht an derselben Stelle. Floyd kriegt wieder einfach die Scheiße. Ja, ich dachte, dass ich jetzt einfach an derselben Stelle lande und dann ist das okay, aber... D3, also hier irgendwo beim Castle. Oh mein Gott, dieser Sturm, ne? D3 könnte, glaube ich, das am Boot sein. Guck mal, nach versunkenen Booten auch noch, Jakob. Bin ich noch, äh, bin ich noch F4 überhaupt? Ja, ne? Ja. Aber hier hinten bin ich nicht mehr F4. Wir haben noch nichts gefunden, oder? Ne. Ne, ich hab auch noch nichts. Oh, das hier ist auch riesig, wo ich bin. Das ist gar nicht, gar nicht nice. Ich hab's, ich hab's. Oh, okay. Gedrückt halten? Ja, ja. Warte. Jetzt erst mal Luft holen. Hier bin ich raus. Kann's doch am Boden sein? Ne, ne? Ja, ja. Ne, am Boden nicht. Ah, ich hab meins, ich hab meins. Ich hab meins auch. Macht auch. Jetzt wird, glaube ich, meins problematisch, ja. Wem soll ich helfen? Annika, oder was? Komm zu mir ruhig, ja. Annika ist recht lang Zeit. Okay, dann komme ich auch zu Annika. Ist deins auch noch Sorn, oder was? Ähm, meins ist in der Sorn, auf jeden Fall. Ja, alles war in der Sorn, außer meins. Also, alles gut. Okay, ja, dann fahre ich zu Jakobs, dann haben wir 2-2. Okay, du darfst halt dann nur nicht, obwohl, ne, doch sterben ist eigentlich egal, glaub ich. Sterben ist egal, sterben ist egal. Ja, hier in dem Bereich, wo du jetzt bist, hab ich noch nicht geschaut. Ach, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sehr gut. Also, der kann da, ah ne, der ist nicht mehr D4, hm. Das ist ja nicht mehr D4, wo ich bin? Ne, ne, wo ich markiert hab. Okay, D4 fehlt? Ja. D4, guck mal vielleicht, ob da noch ein anderer Zulauf ist vielleicht schon im Kanal. Das ist letztens auch gewesen. Ihr seid nicht D4, ne? Wir sind nicht mehr. Mika, dankeschön für den Zapp im siebten Monat. Das muss D4 sein. Ich hab's gefunden, D4. Das kann ja nicht sein. Ne, doch nicht, doch nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Stark. Ist so ein komisches anderes Ding. Ja, ja, das, wie gesagt, es kann, es kann nur unter Wasser sein, Annika. Annika klettert aus dem Wasser raus und denkt, das ist... Schau da. Es kann nur unter Wasser sein. Ich hab's gefunden. Habt ihr's? Achso, ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, D4 ist ja wirklich wenig, also es kann ja eigentlich nur easy sein. Vielleicht guckt mal an den versunkenen Booten auf jeden Fall. Aber ihr seid immer noch nicht D4. Ja, ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass was der Chat sagt. Jetzt hier ist D4, ab, ab, da wo Chris gott ist. Ruder vom versunkenen Boot. Ruder vom versunkenen Boot, weil das meine ich auch, mich erinnern zu können. Wenn ihr irgendwo ein versunkenes Boot findet, ist alles noch D4 hier, ne? Ja. Ja. Ja, hier ist schon eins. Ah ja, hier ist es. Ah ja, hier ist es. So, jetzt brauchen wir halt auch noch Waffen, ne? Wir müssen sich auch noch verteidigen. Jetzt ist ja. So, Kortoschlüssel. Ja, die 5 kriegt man dann, wenn der die gut aussieht. Jetzt musst du gleich das Low-Up geben. Auf jeden Fall. Okay. Ah ja. Sieht das gerade jeder? Ne, ne? Verschlüsselte Vorratslieferung. Doch, doch, doch. Das ist es nämlich. Das ist nämlich das Problem. Ich hab priorisiert Interagieren direkt hier umgeschalten. Hat das gerade jeder gesehen, was da gerade stand? Ne, ne? Das ist mit der verschlüsselten Vorratsstation. Feindliche Drohne. Ja, beziehungsweise jeder hat das Flugzeug. Aber wir haben... Das Flugzeug kommt gerade, übrigens. Wir haben gesplitterte Kreise. Das ist eigentlich ganz nice. Oh. Hier hinten kommt es runter. Da kommt es. Sollen wir dahin oder erst Low-Up holen? Ne, den ersten erstmal Low-Up holen. Erstmal Low-Up. Okay, okay, okay. Hier sind Gegner, aber die fighten. Die können wir ignorieren. Ja, easy. Wir können ganz kurz einfach Low-Up und dann weg. Und die gucken auf den Nord-Ord. Oh nein. Oh, hier ist noch einer. Oh mein Gott. Und weg. Wie schnell ich tot war, Alter. Nein, erst One-Shot. Oh mein Gott. Easy. Hier liegt noch ein Safe-Revive. Nehmt euch das. Danke. Geh schon mal in die Richtung. Wir amüsiert, wir amüsiert, wir amüsiert. Mann, die Nerven jetzt so. Ich smock euch. Ihr kommt weg. Oh mein Gott. Wir müssen sofort so... Ich hab keine Platten mehr. Wir haben... Ich hab Platten. Ich hab Platten. Oh, scheiß auch. Ich hab jetzt nicht mehr Low-Doc. Ich hab jetzt nicht mehr Low-Doc. Ich bleib mal kurz stehen. Ich geb dir Platten. Danke. Wir müssen auf jeden Fall ganz schnell dahin. Ah, ich muss nachgedritten. Weil wenn sie das aufmachen, dann kriegen wir das glaube ich nicht mehr. So. Das wär ein Choke. Sind wir in der Nähe? Hier. Ich lande auf dem Dach kurz. Auf dem Dach ist jemand. Auf dem Dach ist jemand. An mir direkt. Ich bin auf dem Dach. Stark. Finished. Da liegt einer der MTF ab. Hoch Platten. Seid ihr schon nochmal aufmachen? Ich mach gleich auf, warte. Ich hab keine Platten mehr. Ich mach auf. Okay. Nice. Ich hab Plattenbox. Ultra wichtig. Ich bin bei der Hälfte. Lande einer hoch. Feinspring ab. Feinspring ab. Ich hab sie. Hab sie. Ich auch. Ich nicht. Das ist ja so easy gewesen. Hilfe. Liegt die da mehrfach drin jetzt? Die müsste mehrfach drin liegen. Ja, ja. Ich hab sie auch gehabt, ja. Lass kurz mal ins Haus gehen am besten, oder? Ich glaube ich hab sie auch. Ist die so rosa ein bisschen? Ja, ja. Blau-rosa. Blau-rosa. Aber hat man die jetzt automatisch, wenn man sie einmal aufgehoben hat? Ja, ja, ja. Komm mal hier rein, Annika. Ich dropp sie dir auch gleich. Grüß sie euch an. Sieht aber wirklich geil aus. Oh ja, die ist wirklich nett. Die ist nice, ja. Sieht cool aus. Ist wirklich geil, oder? Dafür, dass es ein Free E-Stack ist. Und das wirklich nicht so schwer zu machen ist auch. Ja, nur ein Versuch. Hast du sie auch, Annika? Ah, nee, du hast sie noch nicht. Warte. Kommt jemand! Alles gut. Ah, die sieht aber wirklich nice aus. Ja, ne? Kann du drop it again gleich? Können die aufhören mich die ganze Zeit zu töten? Für mein Video, Annika. Bro, was machen die denn? Warum nervt er denn die ganze Zeit? Kommt, nervt er denn die ganze Zeit. Kann ich mir kurz Platten geben? Uuuuh. Der hat ja einfach ultra viel Leben. What the fuck war der gerade? Rechts rein, glaube ich? Oder rechts oben? Pass auf, Mörser. Lalalala. Ich habe auch noch einen Mörser. Ich glaube, ich setze den mal auf uns noch. Sieht echt gut aus, ja. Der ist halt wirklich auf dem Dach hier. Vor allem halt für eine Free Variante. Schenkst du dich eigentlich? Rät sie? Rät sie, ja. Lass mal runter. Kann ich wieder diese Tappen-Scheiße ausstellen? Das ist ja wirklich so pain. Ja, habe ich direkt wieder gemacht. Guter Call da. Mach ich auch schnell. Über Floyd war einfach gerade kein Name. Ich wollte ihn gerade jagen. Was war das priorisiert? Interagieren. Ja, ja. Interagieren, ja. Okay, okay. Danke. Ist hier irgendwo eine AR? Alle tot hier, glaube ich. Alle tot. Ich gehe mal zum... Ja, doch. Sieht wirklich nice aus. Mal zum Shop. Was sagt ihr von 1 bis 10? Och, Chad. Ich gebe eine 8 sogar. Boah, ich würde auch eine 8 geben, ja. Ja, auch 8 ist ein guter Call, ja. Hat ja... Ah, keine Tracer, Alter. Pssst. Dann ist sie doch scheiße. Dann gebe ich nur eine 2. Wie ist sie alle hergeiern jetzt plötzlich? Ich sag auch 8, ja. Ich hab noch ein paar Drohnen gekauft. Wie ist die jetzt? Ich hab sie alle eingesteckt. Ich hab drei Drohnen auf Tasche, Alter. Warum bist du gestorben, Annika? Bist du da oben? Einer ist... Ah, ne, der landet da rein gerade, okay. Wenn die das jetzt auch einfach nur einmal aufheben haben, wie du auch hörst? Weiß ich gar nicht. Boah, einer ist so um ein Colette gelaufen. Geil. Ich hatte noch eine Drohne. Da, 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 da. Kann ich noch zum Lodi? Jo. Wo hast du diese Rucksack-Dinger her? Die Rucksack-Spots? Äh, YouTube. Ja, ja, schick mir mal das Video bitte. Oder von wem hast du das? Weißt du das? Da kannst du wirklich einfach von der Lister-Eck eingeben. Ja, okay. Das ist nicht schwer zu finden. Oder du schaust dir das Video morgen bei mir an. Ne, auf gar keinen Fall. Genau. Machst du ein ganzes Video dazu? Ja, ja. Was? Warum nicht? Ein Hauptkanal-Video? Nicht. Warum nicht? Zu der Variante dann aber meinst du? Oh mein Gott. Im Kursiebehalt im Üstereck. Ja, okay. Hopp. Was bist du denn jetzt? Das ist eigentlich ein Sub-Alert, das weichere ich mir. Das ist eigentlich gut. So, ich hab noch ein paar Drohnen. Ein paar Leute hier. Für die Tarnung auch. Ja, ne? Das ist ein AK? Nein. Ist okay geklaut. Äh, oben auf dem Dach. Sollt. Mhm. Wie, wie, wie? Sag es mir bitte wie. Oh mein Gott. Schäfer. 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 Und ich bin wieder da, bevor die Killkin vorbei ist. Schade. Schade. Schade einfach. Danke fürs zurückkaufen. Schade. Schade. Aber ich war doch drin. Wie kann der Typ? Also. Ne. Das hat irgendwie keine Ahnung gegeben. Ich glaube, der zweite hat mich sogar gewallranked. War nicht jeder am Loadout? Oh mein Gott. Wer ist diese Legende, die nicht am Loadout war? Ich. Der Rucksacksporn bestimmt nicht am, äh, in dem sie, oder? Ne, ne, ne. Das ist ne Battle Royale gegen logischerweise. Was? Einfach in DMZ. Wir spawnen in DMZ, dann musst du nächste Runde dann Wondell spielen. Hä? Du kannst Wondell auch DMZ spielen, ne? Ach so. Oh, okay. Wirklich? Ach man. Alles Fulltime-Creator hier. Also. Du Affe. Du Affe. Warst nicht mal Fulllevel in letzte Season. Oh mein Gott. Jetzt ist das feinlich. Jetzt ist das feinlich. Ja, weil du irgendwelche YouTuber kopierst, ja. Oh. Nee, weil ich mich einfach für das Spiel interessiere, was ich spiele. Naja, ist klar. Das wäre gleich zu dir. Ist klar. Weil du irgendwelche YouTuber kopierst. Von wem hast du Klassen-Setups so? Von wem hast du Klassen-Setups? Oh. Äh, wer? Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich auch nicht. Da! Ist das geil, ist das geil, das soll das sagen. Ist das geil, ist das geil. Es wird verrückt, Chat. Es wird verrückt. Jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's wirklich verrückt. Aber es gefällt mir. nicht mit heute Abend exi feiern. Warum könnt ihr das nicht fehlen? Weil... Ah, ist da vor mir! Absolut. Oh mein Gott. Wo kommst du denn her? Der ist reingelaufen? In die Tür rein. Ach, nö. Hier ist ja gar kein Eingang. Ja, ist gar kein Eingang. Ich schnapp ihn her, oder was denn? Nö, die sind alle auf einem Haufen auf... Oh, das wird viel erklären in einem TikTok, ne? Ja, ja. Das ist nicht für einen TikTok geeignet, find ich irgendwie. Ja. Mehrteiler. Wann startet denn heute die Beta? Ein klassischer Mehrteiler. 19 Uhr eigentlich offiziell. Auch auf PC? Nee. Oder das PlayStation-Spiel auf Konsole? Nee, nee. Nur auf Konsole. Es kommt nicht raus, das Spiel auch erzählen. Alter, Chris, wirklich. Ich hab... ...gesagt. Nur wenn ich darüber lachen kann. Kannst du nicht drüber lachen jetzt? Nee. Ich konnte drüber lachen. Wo ist Team Fantu, wird dir gesagt. Kick. Die Frage eigentlich. Er hat kein Deal angenommen. Hat ein Deal angenommen bei Kick. Boah, so geil geklaut. Hat jemand... Was hat jemand gefragt? Wo ist Team Fantu? Hat Cyber Diamond in der Chat geschrieben. Was war das denn? Was? Was war das? Wo guckt denn hier die ganze Zeit jemand auf mich? Da unten. Hä? Hier war einer oben, oder? Nein! Hey, das ist verpackt. Warum kann ich hier schon die Kiste nehmen? Hä? Das ist verpackt. Das ist ein einziger. Deko! Und sogar Win noch. GG's! Perfekt. 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 Perfekt mit dem Upload. Das stimmt nicht. Super Runde! Annika, 1400 Schaden! Und dazu, wiroten. Tja mitem. Im? Vielen Dank.